Einen wunderschönen guten Abend. Mein Name ist Heike Matthiesen, ich bin Vorstandsmitglied von Gitarissimo Oberhausen und möchte Sie zum heutigen Konzert begrüßen. Wir freuen uns riesig, dass es uns gelungen ist, Ralph Tauner zu gewinnen für dieses Festival und auch noch an diesem schönen Ort. Ralph Tauner vorzustellen ist eigentlich überflüssig. Jeder kennt ihn, Jazz. Jessa hat bei Oregon mitgespielt, hat mit allen gespielt, die ich jetzt nicht auswendig gelernt habe. Er hat komponiert, sowohl Jazzmusik als auch klassische Musik, die auch von Symphonieorchestern aufgeführt wurde und so weiter und so weiter. Wir freuen uns alle jetzt riesig auf Ralph Tauner und ich bitte Sie, dass wir ihn zusammen mit einem Applaus begrüßen. Danke. Mein übliches Sprüchlein. Wer über Gitarissimo informiert werden möchte, die Liste für die E-Mails liegt hinten, da kann man sich eintragen und verpasst dann keine Veranstaltung mehr. Jetzt aber Ralph Tauner. Applaus 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 Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020